ich auch weiß ich doch ja ich brauche keinen weg finden ich weiß wo es hingeht lustigerweise das ist schön schnauze der generator ist ganz unten also runter kannst du wieder haben der generator sollte unter dem hangar sein hier ist der generator schießt ein 3x raus und dann verschwinde von da kaputt raus hier ganz schnell raus naja ich verlasse schon der chef keine probleme genau ich mache den weg näher verlassen wo hab ich geparkt 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 fuck hab ich geparkt hier ist das kaputte fliegding hier hab ich geparkt Ich bin runter vom Cracken. Leute, wolltet ihr nicht mit? Irgendwie? Nein? Nicht? Okay, eine Kamera raus, die anderen... Wir haben zwei Sparten verloren. Danke, Mr. Krabs. Aussteigen hier. Boah, woher wusste ich, bis ich da raussteigen musste? Okay, wo ist dieser Konstrukteur, den wir suchen? Seht euch mal um. Brauchen wir nicht umsehen. Natürlich ganz hier hinten. Irgendwas ist passiert. Es ist eine Karte der Region. Das da ist der Weg. Ich bin mir aber nicht sicher, womit er verbunden ist. Es ist für Licht, Joe. Aber wo ist der Konstrukteur? Konstrukteure reparieren sollst du sie? Machen wir was kaputt? Fallen wir. Ich natürlich wieder. Ja. Sie sind sauer, weil wir ihren Konstrukteur stehlen. Sichert das Gebiet. Seine Panzerung ist beschädigt. Ich guck' aber mich nicht mal wieder an Corona. Dasационale ist ja mit diesem Kriege. Ich bin in der ganzen Zeit. Das war echt nicht. Ich bin in der ganzen Landwirtschaft. Wundervoll. Ich bin in der ganzen Zeit. Ich bin in der ganzen Station. Das ist wie die Zeit. Ich bin im Gegenteil. Ich bin in der ganzen Zeit. Wundervoll. Ich bin in der ganzen Zeit. Vielen Dank zum schönen Dainer. So, jetzt wollen wir uns erstmal die Distanzwaffe mitnehmen. Danke schön. Das Ding mitnehmen. Alter! Der nicht verrecken will. So, ich hatte letztens auch noch aussehen gefunden. Okay. 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 ich bin dabei da bin ich schnauze wie bitte ganz heutig mensch soll ich die verprügeln oder wie oder was das ist ein stück scheiße vorsichtig mensch ok alles ist vorbereitet wir werden beginnen wenn der konstrukteur soweit ist dann fangen wir ohne an nein guckt euch mal an wie lächerlich das ist guckt euch das einfach mal an was seht ihr gerade das hier ist kein spartan in gottes wehen das ist kein spartan guck mal wie fucking klein er ist fresse du dummes misst wie du bist zu groß du bist kein fucking sparten ich bin kein fucking sparten jetzt warten wir auf der sieger das sei es melden wir uns bei porno melden sie sich bei porno ja sehr schön worauf was war ich ok melden sie sich bei porno schnauze schnauze was denn schnauze 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 nicht schnauze 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 Hmm... Oh... Knall hart, eh? ich will das haben wir nicht mehr irgendeiner hat aus dem Grund irgendwas rausgepresst hier ist es auch ich konnte endlich einen Allianz-Grunt dazu überreden, mir zu verraten wie sie den Standort des Gemieters nachverfolgen konnten Marak war da, einer der Männer des Gemieters die Allianz versprachen die Macht und Prestige die Verzweiflungstat einer Fraktion am Abgrund Marak hat bei der Befragung alles gestanden vielleicht dachte er, der Gebieter würde niemanden seines eigenen Pläns hinberichten hehehehe falsch gedacht ok, jetzt hab ich verstanden, ok mhm alles ist vorbereitet wir werden beginnen wenn der Konstrukteur soweit ist ok hatten wir schon so, woher kommen denn meine Spartans rum ich spring grad wirklich vorwärts es muss einfach lächerlich aussehen was denn? ich verwende diese Struktur um die Aufnahme von Meridian in den Konstrukteur ok wenn ich das Signal gebe, sollten Sie bereit gut entspannen Sie sich es könnte Stunden dauern ich nehme alles zurück er ist auf dem Weg nach Tsunayon er bewegt sich in Richtung es wird Zeit hier redet sich jeder selber selbst ins Wort selbst Dr. Halsey redet sich selber ins Wort das ist total bescheuert heute wird ja die Ernst fallen denn Helios wird frei sein Sie wissen, wie ich die Spartans erschuf ich tat es zum Wohle der Menschheit Doktor, wir haben keine Zeit Cortana besteht aus einer Matrix meiner Gedanken die Dormäne verleiht ihr gewaltige Macht ich verstehe Spartan Locke halten Sie sie auf aber bitte bringen Sie John zu mir nach Hause und was mit anderen Spartans? der Herzliche aber ist auch immer bescheuert so Chica, was willst du jetzt? Osiris formieren ein Teil von mir sind alle bereit? ehrlich gesagt Tanaka ich würde dich gerne noch um einen Gefallen bitten sagst du paar nette Worte? Gott ist die hässlich aber der Weg ist noch lang das gezupfte Augenbrauen bringen wir ab wie wir es gelernt haben und treten wir in ein paar Ärsche 90 Sekunden bis zum Absetzpunkt ok sobald wir zurück sind geht die erste Runde auf Bach wenn wir das hier überleben kaufe ich die ganze verdammte Kneipe und wie nennen wir die Kneipe dann? Äh Apache Pop Apache Pop das ist richtig Pitschkepeng Pum 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 grünes Licht gut ok ich hab Kuchen dabei mit tödlicher Manzipanverlung bluff bl Kot bl chir gener dem manzipan ich hasse3 erfahrt ich hasse3 Philippiiiess ich hasse3 egal da Danke, Mr. Krabs. Wir sehen uns. So, wir bewegen den Assassiner. Also, los.